Hallo, heute befassen wir uns nochmal mit dem Thema Zeitmanagement und wir haben für euch ein paar Tipps für den Alltag zusammengefasst, die euch helfen können, mehr Zeit für die wichtigen und schönen Dinge im Leben zu haben. Zuallererst solltet ihr regelmäßig ausmisten. Weniger ist mehr. Man nennt auch das sozusagen Minimalismus. Dadurch könnt ihr besser den Überblick behalten und habt dann auch mehr Zeit und Platz eigentlich für die wesentlichen Dinge im Leben. Ihr solltet auch euren Arbeitsplatz regelmäßig aufräumen, also wo ihr lernt und arbeitet und eure Hausaufgaben macht. Sonst wird der Arbeitsstapel immer höher und irgendwann habt ihr so das Gefühl, ich fühle mich total überlastet und komme da gar nicht mehr zurecht. Und wenn ihr dann am nächsten Morgen euch zu eurem Arbeitsplatz setzt, müsst ihr erstmal alles suchen und wieder neu orientieren, weil so viel Chaos da herrscht. Deswegen räumt bitte euren Arbeitsplatz auf. Und ihr solltet ihn auch so einrichten, dass ihr sagt, ja ich fühle mich wohl, ich da konzentriert arbeiten. Ja, eine weitere Sache ist auch, ihr solltet die Nutzung von sozialen Medien oder generell von Medien, also Fernseh, Instagram, Facebook, TikTok, schon lernen auch einzustrengen. Klar, es ist wichtig in unserem Alltag damit zurecht zu kommen und man chattet ja auch und snappt und fotografiert und ja, es ist auch gerade in Zeiten von Corona ganz wichtig für uns geworden. Aber ihr solltet euch auch mal bewusst Ruhepausen und Zeiten für andere Dinge nehmen. Ihr braucht auch nicht rund um die Uhr erreichbar sein. Es kostet euch einfach ganz viel Zeit und auch Energie und es lenkt auch irgendwie ab. Ein weiterer Punkt ist auch, dass ihr sagt, ja ich konsumiere nur Informationen, die für mich notwendig sind, weil wir werden ein bisschen überschüttet mit ja Informationen, auch in Sachen Nachrichten, Fernseh und auch auf Instagram. Aber sind die Informationen für uns eigentlich wirklich wichtig? Also es kommt manchmal so eine richtige Informationsflut auf uns zu und das kann einen auch ein bisschen die Zeit rauben und einen überfordern. Deswegen solltet ihr schon klar merken, welche Informationen sind für mich wichtig und wann merke ich, ich verliere mich da jetzt ein bisschen auf dieser Seite oder in diesem Zeitungsartikel und eigentlich bringt es mir gar nichts. Also konzentrier dich auf die Informationen, die für dich wichtig sind. Ihr solltet auch den Tag mal produktiv verbringen und mal selbst was machen und nicht nur die ganze Zeit passiv vor Instagram, vor den Medien sitzen und vorm Fernseher hocken, sondern auch die Zeit mal sinnvoll für sich nutzen. Was tut mir eigentlich gut, was mache ich im realen Leben auch ganz gerne und ihr solltet vielleicht ja euch wieder mal orientieren nach neuen Freundschaften oder auch gucken, ja wo sind denn Gleichgesinnte, auch doch ein Hobby. Vielleicht fangt ihr mal ein neues Hobby an, probiert was Neues aus, das kann ja auch Zeichnen sein, was ihr auch alleine machen könnt. Genau und wo ihr einfach bemerkt, oh das macht mir auch ganz viel Spaß. Also ihr sollt euch wirklich bewusst werden, was sind eigentlich so meine Zeitfresser, wo verbringe ich ganz viel Zeit, was mir eigentlich gar nichts bringt. Ein weiterer Tipp ist auch, wenn ihr Ideen auf einmal bekommt, sei es in der Nacht oder ihr seid gerade unterwegs, dann schreibt diese am besten auf oder notiert die im Handy unter Notizen und haltet die direkt fest. Weil wer weiß, vielleicht vergisst ihr sie dann doch und dann denkt ihr, Mist, hätte ich sie doch einmal aufgeschrieben. Wichtig ist auch immer, dass ihr euch doch Gleichgesinnte sucht, die dich anspornen. Also Gleichgesinnte machen auch einfach gute Laune. Die können dich wirklich hochziehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch Nein sagen können. Also selbst Grenzen setzen können. Da haben wir schon auf unserem YouTube-Kanal ein Video gedreht. Schaut doch da einmal rein. Ein weiterer Tipp ist auch zu lernen, wenn man merkt, oh meine Konzentration lässt auf einmal nach. Also die Gedanken schweifen sozusagen ab. Das lässt sich auch nicht ganz verhindern. Aber man kann doch lernen, ja seine Gedanken wieder auf die eigentliche Aufgabe zurückzulenken. Also Konzentrationsfähigkeit lässt sich mit Übungen trainieren. Googelt doch da einfach am besten mal. Ein weiterer Tipp ist auch, trenn dich davon, perfekt zu sein zu müssen. Also Perfektionismus erleichtert das Leben nicht. Keiner ist perfekt. Nobody is perfect, sagt man. Und auch wenn uns so die Welt auf Instagram uns das vermittelt, wie schön doch jeder ist, wie toll doch jeder ist. Die Realität sieht ganz anders aus. Und keiner ist perfekt. Jeder macht Fehler. Und wir sollten auch unseren Mitmenschen vergeben. Und nicht zu hart zu ihnen zu sein. Aber du auch mit dir selbst nicht zu hart zu sein. Ein weiterer Tipp ist auch immer, Pufferzeiten einzuplanen. Es kann immer mal was dazwischen kommen. Und dann hast du doch genügend ausreichend Zeit, die Aufgabe zu erledigen. Ein letzter Tipp. Ein Zeit-Tagebuch zu führen. Und sich mal richtig bewusst zu werden, wann verwende ich für was meine Zeit. Du solltest darin auch konkret die Störungen eintragen. Was lenkt mich ab von meinen Aufgaben? Und mir hilft es auch persönlich immer, To-Do-Listen zu führen und diese dann durchzustreichen oder abzuhaken, wenn ich fertig damit bin. So, ich hoffe, diese Tipps können dir ein bisschen helfen. Und in diesem Sinne sage ich einfach nur Carb Diem. Das heißt, nutze den Tag, aber genieß ihn auch. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.